So moin moin, heute haben wir gleich drei News in einem Video. Es geht erstmal um den YouTuber Jo Olli. Jo Olli ist nun wieder auf Instagram fleißig am Posten und hier stellt sich die Frage, was ist passiert? Wurde er entlassen? Hat er Freigang bekommen? Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau, warum Jo Olli wieder in Anführungszeichen auf freiem Fuß ist. Ob er einfach nur Freigang gekriegt hat oder nun wirklich aus der Haft entlassen wurde, das steht noch nicht fest, aber wir schauen mal in die Story rein. Hier mein Ausweis für die Haft. Der Model oder das Model, besser gesagt, kam natürlich auch so rein originalgetreu Hafthaus 2. Was eben besonders komisch ist, er hatte ja seinerzeit eine Auflage gekriegt, dass er sich eben aus Social Media zurückhalten soll, dass er nichts auf Social Media posten darf. Und er hat sich damals vor einigen Monaten nicht an diese Auflage gehalten und wurde dadurch dann in Untersuchungshaft genommen. Steht eben die Frage im Raum, warum er wieder aktiv ist auf Instagram. Wir warten einfach mal eine Reaktion vom Gericht ab, wie das Ganze abläuft. Es gibt zumindest jetzt noch keine Medienberichte oder so, die darauf hindeuten, dass hier ein wirkliches Urteil gefallen ist. Aber gut, ich hoffe, wir sind Anfang nächster Woche schlauer und wir kommen zum nächsten Thema. Anscheinend hat der YouTuber Mois gleich zwei Strikes bekommen, wegen der neuen YouTube-Policy. Wir haben gestern dazu ein umfangreiches Video veröffentlicht. Schaut da gerne mal rein, da wisst ihr, worum es da geht. Nur kurz zusammengefasst, YouTube hat seine Community-Richtlinien verschärft. Es wird immer schwerer, andere Leute zu kritisieren. Und sobald das passiert, da wurde zum Beispiel das Video, das Content-Cop-Video von iDubbs offline genommen, weil es eben die neuen Anforderungen nicht erfüllt. Also andere YouTuber zu kritisieren, zu parodisieren, das wird sehr schwierig zukünftig werden mit den neuen Richtlinien. Und nun scheint es auch den ersten größeren deutschen, brachigen YouTuber getroffen zu haben, nämlich Mois. Hand of Blood hat dazu Folgendes geschrieben, Zitat. Ich habe vorgestern bei einem Glühwein das erste Mal den Geist der Weihnacht erfahren, als man mir sagte, dass Mois für sein Keine Schwäche zeigen wohl zwei Strikes in den Nacken bekommen hat und dass es gegen sowas zukünftig eine Policy von YouTube gibt. Ehre, schreibt Hand of Blood und dann verlinkt er den Post von YouTube, wo sie eben über diese Policy aufklären. Man muss natürlich erwähnen, dass Mois auch einiges Gutes getan hat mit seiner Reichweite. So hat er beispielsweise mehrere tausend Euro an ein Tierheim gespendet oder er hat Spielzeugläden aufgekauft oder Dunkin Donuts wirklich aufgekauft, also das Inventar davon und hat dann die Donuts an Passanten verteilt. Also er hat schon ganz nette Sachen gemacht mit seiner Reichweite. Das sollte man vielleicht auch erwähnen. So, das ist jetzt jedenfalls der Stand der Dinge. Also Mois ist anscheinend nun als erster YouTuber betroffen von den neuen Richtlinien und bei JoOli wissen wir jetzt gerade nicht, wie es sein kann, dass er eben Instagram verwendet und dass er das nicht vom Gefängnis ausmacht, sondern von draußen. Also ich hoffe, wir werden hier noch deutlich schlauer in den nächsten Tagen und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das war ein kurzes News-Update und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime!